Hallo und herzlich Willkommen zum Technik-Ratgeber mit Wolfgang Rudolf. So, ich muss mir mal die Ärmel hochkrampeln. Hallo, schönen guten Tag zusammen. Warum? Ja, ich muss an mein Handgelenk. Das braucht jetzt, muss jetzt heute mitspielen. Schauen Sie sich das mal an, was ich mitgebracht habe. Von Huguen Medicals ein Armband. Was ist das für ein Armband? Ich trage eigentlich kein Armband, keine Uhr, kein Schmuck oder so was. Das hier sieht etwas außergewöhnlich aus. Und dann kann ich Ihnen auch mal zeigen, was hier in der Anleitung steht. Energie Armband mit Ionen und blauem Licht. Blaues Licht ist klar. Ionen, damit ist gemeint, dass man hier drin eine Hochspannung erzeugt und dann Ionen, das heißt also Atome oder Moleküle aufspaltet, den Atom an Elektronen wegnimmt oder dazugibt und so ionisiert. Und wenn ich jetzt hier hinten drauf drücke, dann können Sie erkennen, da ist jetzt ein blaues Licht an. So, und jetzt ist das Teil gestartet. Und das am Armband, das sieht natürlich irgendwie rattenscharf aus, wenn man dann nachts durch die Gegend läuft. Was es noch kann, wenn man ein zweites Mal drückt. Übrigens, der Einschalter ist einfach nur der Batteriedeckel. Man drückt auf den Batteriedeckel. Und wenn ich ein zweites Mal drauf drücke, dann sollte es jetzt... Na, das war jetzt so viel. Jetzt. Ich habe so lange gedrückt. Dann sollte es blinken. Und dann schauen Sie sich das mal an. So, wenn Sie also abends so durch die Gegend laufen, ich meine die Sache mit den Ionen, normal riecht man das. Das Ozon wird dann erzeugt. Und ich rieche... Also hier nicht wirklich etwas. Aber ein schöner Gag ist es. Und es ist sogar sicher, wenn Sie abends damit auf dunklen Landstraßen oder irgendwo laufen, dann werden Sie auf jeden Fall erkannt. Denn Blaulicht, das heißt ein nun humanes Polizeiauto, Polizist zu Fuß mit Blaulicht, sicherer können Sie eigentlich nicht mehr spazieren gehen. Und tschüss.